Hey Leute, der Grywein. Willkommen zu einer neuen Runde von League of Legends. Ich habe mich mal offline so ein bisschen hochgekämpft. Wir sind jetzt Gold 1 mit 45 Punkten. Und ich will unbedingt noch versuchen, vor Seasonende auf Platin zu kommen. Und ich habe einen relativ guten Weg gefunden. Hier das Rakan-Game, das, ich weiß nicht, was da mit mir loslade. Das lassen wir mal kurz weg. Aber wir sind mit Malsaha gerade auf dem übelsten Winning-Streak. Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, 90% oder 80% Winning-Chance bei ihm. Das ist richtig OP gerade bei mir. Und wir sind halt in der Mitte, da habe ich ein bisschen mehr Impact auch aufs Game. Und seitdem läuft es gut. Also entweder ich bin einfach nur ein übel schlechter Support. Oder man hat halt einfach wirklich mit der Mitte mehr Impact. Es gibt auch Support-Challenger-Spieler. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die roamen wahrscheinlich die ganze Zeit nur. Das kann man machen, wenn man ein Duo-Q macht oder so. Keine Ahnung. Aber wenn der Typ, der auf der Lane ist, da nicht weiß, wie er das handeln muss, dann kann man da auch nicht so viel machen. Aber hier mit der Mitte, mit Malsaha, habe ich eigentlich bis jetzt recht gute Chancen mir rausspielen können. Meine KDA sieht eigentlich auch immer ganz okay-isch aus. Mir ist eigentlich immer wichtig, dass ich nicht so oft sterbe. Und halt relativ oft an Kill beteiligt bin. An Kills. Das hier ist ganz gut. Hier war es relativ knapp, obwohl hier der Support-Wert richtig ruhig dreht quasi. Ansonsten habe ich meistens immer mehr Kills als Tode, was eigentlich schon mal gut ist. Ich hatte letztes Game übelst Probleme, wo ich mit Malsaha gespielt habe, gegen Tristana. Die hat mich ja komplett kaputt gehauen. Wir brauchen Teleport und wir machen Malsaha im Mittel. Er hat den Rakan-Game eben, da hat er einer Xayah gepickt und wollte unbedingt, dass ich Rakan nehme, weil der noch frei war. Und ich spiele Rakan, also ich habe, keine Ahnung, zehnmal gespielt oder so. Und dementsprechend lief das Game übelst auf den Sack bekommen, weil ich einfach ziemlich schlecht war mit ihm. Habe ich da gegen Leona gepickt, wäre alles fein gewesen. So, bitte band ihn nicht, danke. Oh, Kali hört sich schon mal gut an. Dann gucken wir mal, wenn wir jetzt, wenn wir es noch schaffen, vier oder fünf Spiele zu gewinnen, dann müsste ich es noch zu Platin geschafft haben. Dann zitte ich einfach das Ende quasi aus. Im Übrigen ist heute der 16.10. Das heißt, ab heute feiert Riot hier zehn Jahre League of Legends. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Also ich bin seit der Beta mit dabei. Relativ früh sogar. Also ich habe es relativ früh mir geholt. Beziehungsweise ausprobiert. Von daher bin ich wirklich zehn Jahre schon bei dem Spiel dabei. Wirklich jedes Season gezockt. Am Anfang Gold geworden. Die ersten zwei oder drei Seasons. Und dann ging es eigentlich immer durch Platin durch. Aber für mehr hat es dann leider nicht gereicht. Oh, ist das ein Mordekaiser Mitte? Oh Gott, der macht mich da auch fertig, oder? Mal gucken, wer jetzt hier der letzte Pick ist. Ja, das könnte Gangplank oder Mordemittel sein. Das ist natürlich uncool. Master Yi Jungle. Okay. Also drittisch haben wir zwei Leute, ne drei Leute sogar, die komplett im Late Game ausrasten können. Xayah, wenn die ihre Items hat, ist auch völlig OP, wenn man die spielen kann. Müssen wir mal gucken. Die haben auch relativ wenig CC. Die haben eigentlich nur Lulu, äh Nami und Ash. Das heißt, eigentlich könnte Master Yi da auch übelst durchrasieren. Müssen wir natürlich gucken, dass die hier am Anfang nicht sich kernfieden. Okay, Gangplank scheinbar in der Mitte. Das hier mit diesem Grasp of the Undying ist übelst nervig. Der macht halt immer einfach nur seinen Coup. Und wird dann durch immer auch ab und zu geheilt. Da werde ich, glaube ich, die ersten paar Levels übelst auf den Sack kommen, bekommen. Aber sobald ich mehr Mana Sustain habe, müsste ich eigentlich klarkommen. Aber es könnte ein bisschen blöd werden. Mal gucken. Oh, hier Luna. Eclipse Luna. Leona ist geil. Oh, ja. So, die sieht doch eigentlich hier recht gut aus. 305 Points. Ich spiele schon oftmals, so habe ich nur 100. Das sieht gut aus hier. Entweder der ist Murph oder der ist ein übelster Akali Main. Keine Ahnung. Der einzige, der noch schwierig ist, ist die Ash. Die hat auch ziemlich viele Spiele drauf. Da sind hier unsere beiden hier unten eher so meh. Also hier Xayah mit 16.000 Pupspunkten. Ja, das ist klar. Man merkt, dass es Tenier Anniversary ist. Und die haben jetzt auch, ich glaube, 5 oder 6 neue Spiele angekündigt. Da ist auch ein Kartenspiel mit bei Holy Shit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich eigentlich Kartenspiele mag. Daher wird es auf jeden Fall gezockt. Ich habe mich sogar schon angemeldet für die Beta. Ah, nicht. Komm schon. Ah, schade. Wenn er es am Anfang schafft, hier nochmal so einen Mana-Flow-Proc zu kriegen, ist immer ganz gut. Das würde ich hier nicht zu oft machen, aber es müsste jetzt noch reichen, bis die erste Wave kommt. Okay, das wäre jetzt natürlich richtig dumm, wenn die APK wäre. Okay, da seht ihr hier, ich habe eigentlich gleich wieder volles Mana. Ich habe aber trotzdem so einen Mana-Proc-Band-Dings gekriegt hier. Aber er wird jetzt hier richtig nervig. Also wenn er es ordentlich spielt. Dann haben wir wieder so einen Proc bekommen. Ansonsten versuchen wir halt krampfhaft Last zu hitten hier richtig. Natürlich Gangplank, ein bisschen scheiße, was meinen Ult angeht. Aber wir können ja auch andere Leute ulten. So, ich warte jetzt wieder, bis das hier abgelaufen ist und dann versuche ich ihn nochmal zu ehen. Einfach nur, um den Proc wieder zu bekommen, weil ich brauche unbedingt diese 250, damit wir mehr Mana-Sustain haben. Na, scheiße. Na, scheiße. Na, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also er spielt extrem passiv. Also er könnte mich zehnmal mehr hochnehmen hier. Aber richtig hart. So, wir haben 175. Ist bald voll. Und dann kriegen wir ein Prozent Mana-Regeneration zusätzlich. Hört sich erstmal nicht so viel an. Ist aber richtig gut. Je mehr Mana man nennt hat, umso besser. So, links ist keiner von mir. Dann machen wir das hier nochmal. Also er spielt extrem passiv. Keine Ahnung. Tja, man kann die Minions hier auch benutzen, um als Shield zu fungieren. Jetzt fängt er aber an hier mit seinen Dingern. Das könnte natürlich auch ein bisschen interessanter werden hier. So, machen wir wieder das Ding drauf. Noch einmal, dann haben wir das voll. Ich glaube, er geht Base. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall buschen wir hier mal die Lane. Na ja, Teleport, schade. So. Hm, 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 hm. Wir holen uns erstmal mehr Sustain. Und Und Dings. Dann geht's los. Oh shit, sie hat's. Ich wollte gerade sagen. Das sah sehr knapp aus. Okay, das ist sehr gut. Wenn der Akali da durchdreht. Er coot mich auch nicht mal, ja. Verstehe das nicht. So, sorgen wir mal für Vision. Na, schön wäre, wenn wir jetzt echt den Drake hier kriegen würden. Dann pushe ich unbedingt mal schnell die Lane hier. Der ist da. Ja, wir sollten. Eigentlich sollten wir den Drake machen. Mondo top. Let's Drake. Ich weiß nicht, ob das da so klug ist, da unten jetzt da so hemmt zu gehen. Na, ist ziemlich low. Ach, hätte ja mal den Gang-Clicker sein gelassen. Oh, wir können, wie gesagt, nur Pressure in der Mitte. Oh lol, er hat gekillt. Oh lol, alles klar, wir haben gewonnen. Good job. Good job. Verstehe es nicht. Der hat dressed up the underlying. Er müsste mich eigentlich übelst reressen. So, wir sorgen jetzt hier, dass es gepusht ist. Und dann helfen wir ihnen hier. Wir nehmen mal einen Pot. Ne, ich komme ja schon. Sehr gut. Das ist ein... I'm too good. Ja. Weder das oder dein Champion ist einfach broken. Ich tippe auf letzteres. Oh, hier. Alter. Machen wir es halt so. Ah! Warum greift er nicht an? Lol. Man hat halt diese... Man ist halt im Stand irgendwie. Kann man denn nicht weiterlaufen bei Malsah? Vielleicht kriegen wir hier mal noch ein paar... Oh. Na ja. Das war... Nicht so cool. Und dafür kriegt er da jetzt so ein paar Dinger. Ah, warum hat er denn nicht noch angegriffen? Dann hätte ich noch einen Punkt mehr bekommen. Das ist halt... Man läuft halt aus dem Stand los. Ich weiß nicht, ob der schnell... Der hatte der Ult an, ne? Wenn er ultet, ist er ja auch schneller. Och. Ja. Er wollte mir lassen den Kill, glaube ich, aber... Ist ja nett gemeint, aber... Das ist eine super easy lane hier, ey. Also... Absolut nicht mitgerechnet. Hab ich extra geflasht noch für, ey. Hab ich noch für geflasht, ey. Oh, das ist unsere botlane scheinbar am Smurfen hier, ey. Nein. Natürlich hat er noch Flash. Blasch. Blasch. Da haben wir uns als nächstes den hier. IP habe ich leider nicht dabei. Scheiße. Scheiße. Ich hab nicht auf der Map gesehen, ob man ihn hätte sehen können. Ah, ich verliere meinen Tower, ey. Scheiße. Vielleicht kriegt sie jetzt hier noch beide. Na, das kann ich auch nicht machen. Na, ist egal. Wir haben eine gefeadete Kali. Ja. Na, oh, shit. Die Ash, ey. Kann man da nicht aufpassen. Gehen wir mal mit hoch, dass wir den Tower hier safen. Na, da können meine Minions natürlich auch einfach wegkicken. Gehen wir mal wieder nicht, wo der Mundo ist. Gehen wir mal mit hoch. Dafür sterbe ich jetzt. Ah, sie ist Shutdown Gold wert, ist okay, denke ich mal. Ob er mich fürs Team... Ja, er sagt selbst. Okay, haben wir den bekommen? Ja, okay. Und noch ein Infernal. Das ist schon mal sehr gut. Ja, okay, die Runde, die läuft hier irgendwie nicht so cool. Der Mundo hat mir doch ein bisschen das Game versaut. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich gehe mal mit runter. Schafft er den? Ja. Muss ich hier aber aufpassen. Na ja, die wollen die Tower nehmen. Scheiße. Muss auf jeden Fall Morelos gehen. Kann ja nichts machen. Ich habe leider noch keine Stacks hier von meinem Ultimate Hunter. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss leider in die Mitte. So, wie sieht es von der CS aus? Ist noch okay. Okay. Ja, die machen da um. Eigentlich jetzt wirklich das Beste, was Yi machen kann, ist, die Akali weiter zu boosten. Dass sie halt mehr Kills kriegt. Das machen die da unten Arbeit. Dann kann ich hier weiter durch pushen. Oh, sehr nice. Das war richtig huge. Ich finde mich komplett useless in dem Game. Natürlich. Das Game, was ich wieder aufnehme, ist total am abkacken. Geil. So, aber egal. Win ist ein Win. Nehmen wir uns noch den Tower hier. Jetzt haben wir gerade einen richtig guten Lead bekommen hier. Alter. Ich gehe mal weg. So, mal ein bisschen shoppen gehen. Den haben wir schon. So, ich gehe in etwas anderem Build, als manch einer gewohnt ist. Ich baue immer zuerst, also natürlich hier, damit ich Lost Chapter, damit ich ein bisschen Mana habe. Weil danach rushe ich quasi Realize, Zepter. Weil ich folgende Runen habe. Und zwar... Na hier, Damage, Movement, Imperium, Blablabla. Damit mache ich True Damage. Gleichzeitig mache ich dann nachher auch Liandris. Dadurch kriegen die auch nochmal mehr Schaden, mehr Burst Schaden. Und damit bin ich jetzt eigentlich auch mal relativ gut gefahren. Außerdem bin ich noch ein bisschen Tanky. Da ist diesmal ein anderer Drake. Schade. Ich nehme mal hier ein bisschen davon mit. Schade. Move. Yeah. Es gut. mit ihr da an der seite mache ich mir auch keine platte also mich hat auf jeden fall übelst genervt in dem game ich habe auch wieder ein bisschen mehr kohle und ich habe endlich mal auch ein paar ultimate hunter stacks ja halt da Hm, no Ich brauche mal einen Relais, dann habe ich gegen den noch einigermaßen Chancen. Mit einem Morellos bräuchte ich dann aber noch. Das nächste wäre eigentlich Ludens, aber... Ich glaube, ich brauche einen Morello. Na, wir gucken mal. Wir können uns ja beides offen halten. So, aber auf jeden Fall durch den Slow kriegen die jetzt alle immer diesen True Damage von diesem Cheap Shot. Und ich kann ein bisschen besser meinen Coup platzieren. Meine Void Swarms, die kommen schneller ran und können mehr Schaden. Also es ist eigentlich Slow, der Slow Build bei Maisaha ist übelst OP. Ich guck, die kommen da alle runter, Dude. Nee, doch nicht. So, sonst haben wir sie ja nur abgehalten. Wer hat den sogar gemacht? Alles klar. Ja. Ich denke, das Game ist dann so für die Gegner. Lol. Das hat man hier am Dings dran. Die ist hier durch. Können wir hier ein Wort hinstellen. Eieieiei. Okay. Übelst bad Performance bei mir. Ah, ich habe mich so ein bisschen fürs Team geopfert. Ich habe trotzdem keinen Kill bekommen leider. Ah, schade. Egal. Win is win is win. Oh. Die arm Leona hat hier so ein bisschen fürs Team geopfert. Äh, das ist noch okay. Bla bla bla. Winable. So, dann machen wir den hier. Dann würde ich nochmal kurz einkaufen gehen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt nochmal schnell den Ludens Power Spike hier und dann den nehme ich noch mit. Und dann arbeiten wir aufs Morello, dass es jetzt noch irgendeine Auswirkung hat. Steht da irgendwo ein Wort? Leider nein. Lol. Toll. Naja. Er muss es versuchen. Was soll er machen? Was soll er machen? Äh, scheiß jetzt mal ein Wort wurde weggemacht. Please end. Na, alles klar. GG. So, vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Kill ab. Ah, schalt auch noch nicht. Damn. Naja, war doch eine chillige Runde würde ich sagen. Auf jeden Fall die Akali. Obwohl er je auch nicht so bad war. Gehen wir noch ein bisschen von denen. Auch schön. Ups, ups, ups. Das war eine super bad Runde. Sorry dafür. Aber der Mundo hat es gar nicht so schlecht gemacht. Und ich habe Damage Team OP. Can scale. Aber er hat auch super passiv gespielt. Also, wenn mich der Mundo in Ruhe gelassen hätte, dann hätte ich den, glaube ich, nacken können. Aber, also ihr müsst, wenn ihr Gangplank spielt, viel aggressiver spielen. Gerade wenn ihr Grass habt. Der müsste, wenn ich hier mal hier No Way For Use zugucke. Wie aggressiv der den immer spielt. Wie er da immer rangeht. Den Outdoor Attack macht. Sein Coup. Ja, du hast am, die ersten paar Levels hast du null Chance, ey. Ist so schlecht. Und er heilt sich ja auch immer wieder. Nicht nur durch seine Frucht, sondern auch durch dieses Wraths Scheiß. Heals you. Permanently increase your health. Das ist richtig OP. Naja, egal. So, dann danke ich erstmal fürs zugucken. Ich versuche mal. Das war vielleicht, dass ich das letzte Game, wenn ich in der Promo sein sollte, dann auch aufnehme. Das war da dann gucken, dass ich noch Platin schaffe. Ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs zugucken. War jetzt nicht ganz so ein cooles Game. Aber bin es ein Wind, ne? Vielen Dank fürs zugucken. Euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.